Tigray im Norden Äthiopiens. Wir reisen durch eine Kriegsregion eine Woche lang. Wir wollen uns selbst ein Bild machen, ein halbes Jahr nach Beginn des Konflikts. Tausende Tote, mehr als zwei Millionen Vertriebene. Die Zentralregierung Gennadis Abiba kämpft gegen die abgelöste Politik-Elite in Tigray. Oft aber trifft es Unschuldige. Was macht der Krieg mit den Menschen hier? Welcher Krieg? Es gibt keine massiven Militäraktionen, nur Polizeioperationen, um die Flüchtigen vor Gericht zu bringen. Opfer auf den Fluren der Krankenhäuser, es kann jeden treffen. Auch Kinder oder Frauen. Oft sind sie schutzlos, dem Hass der Kriegsgegner ausgesetzt. Er sagte, wir haben Befehl, alle männlichen Tigrayer über sieben Jahre zu töten und alle weiblichen über acht zu vergewaltigen. Die Schule der Einheit. Eine Schule ist sie nicht mehr, sondern ein Lager für viele der 4000 Flüchtlinge in Mekelle. Die Einheit des Landes ist dahin. Vor den Kämpfen sind viele geflohen, aber hier geht der Kampf ums Überleben für die Flüchtlinge weiter. Von Hilfsorganisationen sehen wir nur wenig. Wir lernen Abeba Berhane kennen. Sie hat Ingera gebacken, das äthiopische Brot. Ich bin hier zum ersten Mal, aber in anderen Lagern war ich schon. Auch wir suchen nach Angehörigen. Wir wissen nicht, ob sie noch leben. Wir können nicht zu meinem Schwiegervater, meiner Schwägerin und meinem Cousin. Flüchtlinge dicht gedrängt. Eine schwierige Lage, vor allem für Frauen und Kinder, wie Hijab. Als wir das Lager besuchen, ist Hijab gerade einen Tag alt und schon ein Flüchtlingsschicksal. Wäre schön gewesen, hätte ich sie zu Hause entbinden können, aber besser hier als irgendwo auf dem Feld. Wir fahren Richtung Westen. Die Hauptverbindungsstraße ist gerade erst wieder geöffnet worden. Überall Checkpoints der äthiopischen Armee und der mit ihr verbündeten Eritrea. Der gemeinsame Gegner, das sind die Guerilla-Kämpfer der Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF. Die Regierung in Addis Abeba hat sie zu Terroristen erklärt. Nun gibt es Haftbefehle gegen 65 TPLF-Politiker. Wir nennen das Polizeiaktion. Das ist doch völlig normal für jedes unabhängige Land. Und diese Polizeiaktion ist jetzt vorbei. Die nächste Phase ist Wiederaufbau und Vertrauen schaffen bei der Bevölkerung und den Flüchtlingen. Wiederaufbau? Wir kommen nach Adigrad. Wir sehen eritreische Panzer über den zentralen Platz rollen. Die Bewohner wissen von schweren Kämpfen vor den Toren ihrer Stadt. Zwar werden allen Kriegsparteien Verbrechen vorgeworfen. Die Zivilbevölkerung in Tigray hat inzwischen aber vor allem Angst vor den Eritreern. Auf den Ausfallstraßen noch frische Spuren von Panzerketten. Einige Checkpoints später. Axum, die heilige Stadt der äthiopischen orthodoxen Christen. Auf den ersten Blick zeugten nur die Schlange vor den Geldautomaten von Problemen. Doch vor einem Jahr war die Stadt Schauplatz eines Massakers. Eritreische Soldaten sollen hunderte Menschen abgeschlachtet haben. Wer die Opfer waren, ist umstritten. Menschenrechtler sprechen von Zivilisten. Die Regierungsjustiz behauptet, es seien Kämpfer gewesen. Ihre Gräber zeugen von der Bluttat. Jede Nummer steht für bis zu fünf Tote, erzählen sie uns hier. Wir sprechen mit einem Angehörigen, der seinen Bruder verloren hat. Er hat Angst vor Repressionen, will nicht erkannt werden. Er war nicht der Einzige. In jedem Haus haben sie Leute getötet. Ihn haben sie auf dem Heimweg umgebracht. Er hat ihnen nichts getan. Sie haben all die Zivilisten getötet, als Vergeltung für die Kämpfe. Wir gehen zu dem Ort, an dem der Bruder starb, nahe der berühmten Obelisken von Aksum. Er wurde ermordet auf freiem Feld und dann brachten sie seinen Leichnam auf einem Karren. Wir werden es nie vergessen. Es hat sich tief in unsere Seele eingegraben. Er starb, ohne Trost zu bekommen. Aksum, eine Stadt in Trauer. Wir fahren zurück, vorbei an den Spuren des Krieges. Kaputte Läden, zerschossene Fenster, beklemmende Bilder, die an uns vorbeiziehen. Immer wieder auch zerstörte Panzer. An anderen Stellen wurden ausgebrannte Fahrzeuge entfernt. Munitionskartuschen blieben liegen. 60 Kilometer weiter treffen wir auf eine Fabrik, die zerstört wurde, obwohl es hier keine Kämpfe gab. Wachmann Riesum Gebre Michael erklärt uns, was geschah. Eritreische Soldaten besetzten die Firma, töteten vier Mitarbeiter. Dann brachten sie Sprengladungen an den Maschinen an. Manche Arbeiter sind geflohen, andere stehen auf der Straße. Sie bekommen jetzt keinen Lohn mehr. Sie haben nichts, seit fast einem halben Jahr. 800 Arbeiter ernährte die erst zwei Jahre alte Fabrik. Viele Werke sehen so aus, eine komplette Infrastruktur zerstört. Geplündert wird auch in den Dörfern. Einige eritreische Soldaten vergreifen sich am Vieh, viele Bauern erzählen uns davon. Einige Kilometer weiter, nahe der Straße, begegnen wir einem Bauernpaar. Die beiden erzählen uns, dass sie ihre Felder nicht bestellen, obwohl sich die Regenzeit ankündigt. Denn sie fürchten um ihr Leben. Hunger als Waffe. Sie hatten ein Treffen einberufen und den Leuten befohlen, nicht die Felder zu bestellen. Sie versammelten alle auf einem Feld und sagten, wer pflanzt, dem werden wir es zeigen. Sie sagten, wir müssen Hunger als Waffe nutzen, sonst können wir sie nicht schlagen. Um Futter zu beschaffen, verkaufen sie nun eine Kuh nach der anderen. Für sie wird es am Ende heißen, verhungern oder dorthin ziehen, wo die Hilfsorganisationen Almosen verteilen. Teile Tigres waren immer arm und auf Hilfe angewiesen. Nun aber spitze sich die Situation zu. Kinder und Schwangere seien vielfach schon unterernährt, die Nahrung schwindet. Der Rest ist oft schon eh geplündert. Ich bin allein, habe nichts. Keine Decken, kein Bettzeug. Selbst die Kleidung haben sie uns genommen. Was wir anhaben, hat uns jemand gegeben. Zurück in Mekele. Das Universitätskrankenhaus. Verwundete mit Blutungen und Schusswunden bleiben hier in der Tagesordnung. Der Krieg will nicht nachlassen, ein halbes Jahr nach Beginn. Wir sprechen mit einem Pfleger. Er zeigt uns die Statistik der Notaufnahme der letzten Nacht. 61 Patienten hatten wir in der Nacht. Davon hatte die Hälfte Blutungen oder lebensgefährliche Verletzungen, sagt er uns. Er nimmt uns mit auf eine Tour durchs Hospital. Es werden für uns die schlimmsten Begegnungen unserer Reise. In den oberen Stockwerken treffen wir Beri, Herr Gebrei. Zwei Tage brauchte ihr Vater, um seine schwer verletzte Tochter aus ihrem Heimatdorf in die 60 Kilometer entfernte Stadt zu bringen. In Adi Gaba gab es ein Gefecht mit eritreischen Soldaten am 11. März. Am Tag danach haben sie ihre toten Soldaten geborgen. Später haben sie sich dann die Esel, Ziegen und Hühner geholt. Als die Soldaten kamen, flohen die Dorfbewohner, wie seine 15-jährige Tochter. Ihr Vater meint, auf sie sei ganz gezielt geschossen worden. Es war ein Scharfschütze. Als sie ihn kommen sah, lief sie mit drei anderen weg. Als sie auf den Berg ankamen, traf sie der Schuss. Das ist weit weg. Deshalb muss es ein Scharfschütze gewesen sein. Ein Soldat, der auf ein 15-jähriges Mädchen schießt? Ein Mädchen mit Wünschen und Träumen war sie. Nun ist sie teilweise gelähmt und blind. Als ihre Wunde versorgt wird, brechen wir ab. Auch die Vergewaltigungen werden nicht weniger, erfahren wir in einer Einrichtung für Frauen in Not. Eine Krankenschwester erzählt uns. Seit Oktober hatten wir 126 Fälle. Diese Woche hatten wir allein 18. Wir bekommen jetzt schon drei bis vier Fälle am Tag. Es werden einfach immer mehr. Auch sie möchte nicht erkannt werden. Hat Angst. Wir sollten es nicht einfach ein Verbrechen nennen. Es ist ethnische Säuberung. Es ist eine ethnische Säuberung, weil eine Frau vergewaltigt wird, geschwängert wird, um ein ungewolltes Kind zur Welt zu bringen. Ihre Patientin erzählt uns, sie sei am Vortag von einem äthiopischen Soldaten missbraucht worden. Auch sie möchte anonym bleiben. Er drückte mir ein Messer auf die Brust und sagte, wenn du es jemandem sagst, bringe ich dich um. Ich fragte ihn, warum tust du das? Er sagte, wir haben Befehl, alle männlichen Tigrayer über sieben Jahre zu töten und alle weiblichen über acht zu vergewaltigen. Nach der Vergewaltigung sagte er, das Kind, das du von mir bekommst, ist kein Tigrayer mehr, sondern Äthiopier. Solche Schilderungen gibt es zuhauf. Vergewaltigung als Waffe, Gewalt, die ein Volk erniedrigen soll, doch manchmal auch das Gegenteil erreicht. Ich will mich den Kämpfern anschließen. Wenn ich stillbleibe, könnte es auch meinen Schwestern passieren. Ich fühle mich stolz. Ich werde niemals aufgeben. Unsere Reise geht zu Ende. Der Krieg nicht. Die Opfer, sie hoffen auf die internationale Gemeinschaft. Womöglich wird es nicht reichen. Die Opfer, sie hoffen auf die internationale Gemeinschaft.